So, und da sind wir auch wieder bei einer neuen weiteren Folge von ARK. Ja, wir haben jetzt mal angefangen, uns hier ein bisschen besser zu strukturieren und zu sortieren. Warum das da oben hin muss, ich verstehe es immer noch nicht, aber hey. Und zwar, wir wollten jetzt mal noch ein paar Wände machen. Wir haben natürlich gerade gar nichts. Wie viele Wände brauchen wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, 1, 2, 3, 4, 5, ah, 5 reichen. Ich weiß nicht, wie viel wir für 5 brauchen, aber 1, 2, 3, ok, 2, 3, 4, 5, gut. Und 1, 2, 1 will ich nochmal machen und nochmal so ein, damit ein bisschen mehr Licht in die Bude kommt. So. Dann. Holz. Holz. Gut. Komplett alles aus Holz. Ja. Boden auch. Ja. Alles klar. Ähm, und dann haben wir hier noch einen. Ist versperrt. Verstehe ich nicht. Ach, das geht. Und das ist ganz schön so. Und vielleicht noch da einen. Dann haben wir nochmal ein bisschen, was braucht der noch? Holz. Natürlich. Dann bekommt der noch sein Holz. So. Der Rest lassen wir dann so. So. Wow, ich habe... Oh man, naja, schon mal schön raus ins Wasser. Aber hey, jetzt ist die Hütte mal ein bisschen heller. Und ich mache da oben noch eins hin. Ich bin jetzt gerade im Kaufrausch. Ich packe da oben noch eins hin. So. Bekomme nicht vielmehr nicht in die Hütte. So. Das sei jetzt keins. Da auch nicht. Aber die waren es eh komplett so gebaut. Aber hier haben wir eins. Und hier haben wir eins. Ja, das finde ich ganz gut so. Na, du doch auch. Große. Die Beeren lasse ich ihm jetzt mal noch. Wir wollten... Ah, genau. Was ich jetzt machen wollte... Ist etwas wagemutig vielleicht oder dumm. Je nachdem, wie man es nimmt. Wir hatten noch... Täubungspfeiler. Freigeschalten. Genau. Narkosemittel einmal. Einen Steinpfeil. Was brauchen wir für Narkosemittel? Ich glaube, das haben wir sogar. Muss ich mal schauen. Fünf Narcobären. Ein verdorbenes Fleisch. Das haben wir auf jeden Fall. So Narcobären haben wir ja unendlich viel gefüllt. Und verdorbenes Fleisch haben wir auch. Aber ich glaube, ich habe sogar noch... Oh, ich habe sieben Stück. Da brauchen wir nichts. Wird das auf der Werkbank hergestellt? Nein. Wie wird denn das hergestellt? Stellung in Hashtag Holz. Achso. Rohre, Strom. Strukturen, Waffen. Station. Sozahlen. Gut. Perfekt. Endlich hat das Fleisch mal einen Nutzen. Beziehungsweise habe ich ja noch nicht mehr jetzt gebraucht. Und das ziehe ich mir wieder da rein. Ich brauche viele Beeren. Sehr viele Beeren. Narcobären haben wir. Warte. Lecker. Lecker, weil ihr Saftpiss passiert das Gericht. Nicht so lecker. Und die Aufputschenden waren... Wann ist die? Hier. Okay. Ja, dann machen wir hier die noch dazu. Okay. Gut. Jetzt funktioniert das. Wen der Tökel hat es andere verhält, aber er wird schnell übernommen halt des Opfers. Okay. Boah, ist das hell. Sieht man ja fast nichts. Hi. Aber wir haben nur... Warte, wie funktionieren das? Wenn ich den Punkt jetzt auswähle. Der geht auf normale. Wie schieße ich die? Okay. Ich gehe mal die normalen Pfeile wegbringen. Komm mal einen Schnitzel reinhauen. Okay. Ich bring die normale Pfeile mal weg. Ob er die dann aktiviert, müsste er eigentlich. Also ich gehe jetzt mal vom Außen. Und sowas ist hier. Und was schieße ich die denn? Hä? Ich schieße die doch mit dem Bogen. Ah, ich muss die da draufziehen. Alles klar. Aber Moment. Wenn ich die jetzt da runtergezogen habe, dann kann ich mir auch die da wieder reinhauen. Gut. Okay. Aber wir haben sieben Schuss. Ich weiß nicht, ob das reicht. Das werden wir sehen. Ich brauche dafür Energie haben wir. Ich muss nur schauen, dass ich da genug Energie habe. Das Problem ist, sind das zwei, dass ist hier jetzt nur einer. Wenn das zwei sind, warte ich mal lieber. Beziehungsweise, was ist dein Level, da ist der Kollege, was ist dein Level, bist du? Zwei. Das müsste doch drin sein, oder? Ich weiß nicht. Wir sind full live, wir haben full Energie. Aber am besten gehe ich trotzdem nicht irgendwo hin, wo ich ein bisschen sicherer bin. Und die müssen sitzen. Und zwar alle. Ich weiß nicht, was ist das. Momentan auf den Narko-Bären. Das funktioniert. Effektivität. Naja, 99,9 Cent. Bewusstlosigkeit sinkt schnell. Oh man. Oh man. Narkosemittel, wie mache ich Narkosemittelherstellung? Narkosemittelherstellung. 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 Stimmt im Stößel. Verdammt, das reicht mir aber. Und die Hürde ist so weit weg. Ich riskiere es halt jetzt, dass es funktioniert. Wenn nicht, muss ich nur noch Pfeile machen. Mhm. Wie viele Bären hatten denn noch? Okay. Einige. Ich bin gespannt. Ich sammle noch ein paar Fasern, Bären. Mal wenigstens noch ein bisschen Loot, falls er aufwacht und mich killt. Also er ist noch über, ja, sagen wir mal, er ist 75% noch bewusstlos. Und er hat knapp 30%. Oh, ich glaube, das ist jetzt sehr knapp. Hast du mal ins Wasser geschissen? Da fällt es nicht so auf. Effektivität 98%. Kann ich die eigentlich leveln? Benommenheit. Vielleicht kann ich die dadurch leveln. Das kann natürlich sein. Nebenhand kann ich mich nicht mal direkt packen. Mal ein bisschen Licht. Ich bin gespannt. Das ist ein Bang. Geil wäre es, wenn es geklappt hätte. Aber sicher bin ich mir nicht. Die Benommenheit ist fies, halt stark. Aber 40% Und Bewusstlosigkeit ist bei 360%. Oh Gott, ist das knapp. Welche Bären hat er noch? Er hat noch einige Bären, okay. Mir waren jetzt noch nicht so lecker, wie Saftflöße hat er das Gericht. Hier, sehr lecker. Sehr lecker. Ich gehe es dann schneller, wenn es sehr lecker ist. Gesundheit, Ausdauer. Gewicht 365 ordentlich. Automatour. Ah, hier ist die Benommenheit. Ah ja, die sinkt halt, ne? Klar. Oh man, das ist sehr knapp. Puh, äh, ich bin ein bisschen nervös. Ich bin ein bisschen nervös. Hm. 60 Prozent. Ich bin nervös. Tja, ob das gut geht. Also er hat 50 Prozent Bewusstlosigkeit nur noch. Circa. Und er ist zu 63,6 Prozent geladen. Also ich glaube es reicht, aber es ist sehr knapp, meine ich. Je nachdem was dazwischen kommt. Bären hat er hoffentlich noch genug. Ja, hat er. Gut. Ich kann mir noch ein paar sammeln. Ich glaube, dass die roten Bären, dass sie ihm besser schmecken, dass sie mehr bringen. Und wir kriegen so viele Fasern dazu. Nehmen wir Zeit. Oh, warte mal. Ich kann mir jetzt einen Tretzer Ratsabstattel machen. Können wir den auch reiten? Nice. Hier, kriegst du noch ein paar Daufern. Ja. Scheinen die mehr zu schmecken. Oh, 72 Prozent. Schon mal gut. So. Das hängt es natürlich an zu pissen. Na klar. Jetzt geht die genommen halt weg. Das wäre voll mies. Weil er nass wird. Wo ist er hin? Ach, da ist er. Ich dachte, er hat es schon. Ist abgehauen. Ja, okay. Das müsste passen. Das müsste passen. Sicher bin ich mir da nicht. Da werden eifrig Bären gesammelt, damit er das Vieh überlebt. Ja, Steine sind auch nicht schlecht. So. Nahrung hat er. Ah, der will immer genug Nahrung haben wahrscheinlich. Hörbe nur mal 1.100. Kann ich mir die Vorfahren? Bestimmt nicht, oder? Will der Vorfahren? Ja, es reicht auf jeden Fall. Ich bin mir fast sicher, dass es reicht. Nennen wir dich denn. Du bist, warte, männlich. Der ist Level 2, also ist er noch jung. Mal schauen. Ich will dabei sein, wenn er aufwacht. Das ist eine sehr innige Beziehung. Ja gut, die Bären werden mir jetzt wohl locker reichen. Hallo, es fehlen noch 3%. Ich glaube tatsächlich, dass die roten Bären jetzt mehr gebracht haben. Also muss ich mir merken, die roten Bären für die Tame zum Tame verwenden. Bei Fleischfressern natürlich Fleisch. Hohes Fleisch. Ja. 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 Ich nenne dich. Kam. Böck. Hier. Bock. Das ist irgendwie. Fizzgeweil. Ja. So gefällt das mir. Fizzgeweil. Hö. Ich probiere jetzt irgendwas. Schalten. Faktieren. Was ist das mit dem? No, ist voll drollig. Oh, tap, 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 tap. Schauen wir mal. Drizaratopsattel. Kann ich doch jetzt eigentlich mir lernen? Mir lernen. 140 Leder, Alter. Wie viele Viecher muss man dafür töten? Machst du das jetzt immer, sag mal? Ist ja voll beschirrt. Aggressionslevel greift mein Ziel an. Uh, das ist gut. Gut. Ich muss mal was ausprobieren. Damit müsste doch dann... Kommst du? Ja, ach, das ist so traurig. Damit müsste doch eigentlich jagen angenehm sein. Oder sagen wir es mal so, wenn mich einer angreift, hat der ein Problem. Und zwar diesmal wirklich ein großes. Tut mir leid, Dodo. Du bist jetzt mal mein Vorführeffekt. Ja, ja, süß. Wo ist denn der jetzt hingeflogen? Such, such Dodo. Wollte der denn jetzt hingeklatscht? Höh? Aber das hat auf jeden Fall tot, ne? Oh, das ist nicht so weit. Das wäre eigentlich eine Idee, jetzt mal ein... So, Kollege, komm mal her. Verhalten. Du musst dir nicht mehr folgen. Aber warte. Verhalten. Du darfst wandern. Du gehst mir nicht sonst auf den Zeiger, wenn du in die ganze Situation rumstammst. Okay. Ähm, erstmal wieder Pfeile ausrüsten, die richtigen. Und da haben wir die ganzen Beeren. Wir haben ja nicht so viele. Darüberziehen, darüberziehen. Zubebeeren, Samen, Tindebeeren. Ähm, und zwar was ich jetzt noch was suche... Oh, jetzt haben wir Alter, wie viele Fasern. Tja, das lohnt sich voll, während das mal so, ne? Und zwar was ich jetzt mal was suchen möchte. Wir machen uns jetzt noch mal. Ähm, Narkosemittel. Was brauche ich denn für verdammtes Fleisch? So. Aber wollten sie immer noch... Zement mal, wofür immer. Okay. Bis die Narkobähnen leer sind. Oh, das dauert... Ne, weil es das Fleisch leer. Was wären es 20 Stück? Ja. Gut. Wer nimmt das? Ne, scheiße. Okay. Ähm, was brauche ich nochmal für Pfeile? Stellung, Waffen, Missionen, Feuerstein, Fasern und Stroh. Das sollten wir eigentlich haben. Da mache ich mir jetzt nochmal einige Pfeile. Feuerstein, Stroh, Fasern, Erstellung. So. So. Oh, kommt da mein Dodo an? Oh, das kannst du vergessen. Mach sie fertig. Oh. Och süßer. Hat der böse Vogel dir wehgetan. Nö, ne, der geht's gut. Gott sei Dank. Da gibt's einfach nicht Ruhe. Hey! Ist der nicht defensiv? Also vor allem der Dodo, das sollte immer defensiv sein. Verhalten? Falt neutral. Wumm, wumm. Achso, wahrscheinlich weil er selber angegriffen wurde. Ich ruf den mal zurück, das ist ja furchtbar. Den seh ich sonst nie wieder. Hamburg, komm wieder her. Oh Nein! Kannst du weifen wie du willst ne, aber mein ... ähm... willst du mir sagen, dass du damit nen Dino greifst? Das war's. Alter, das ist ja wohl ein Witz. Oh, wenn der jetzt drauf geht, ne? Alter. Der hat den getötet, kann das sein? Süßer. So, erstmal Gesundheit verhalten. neutral verhalten wandern deaktivieren der ist tot der hat dinge gilt nichts geht alles kaputt der macht mich fertig aber vor allem was macht der hier die waren sonst nie hier hier war immer sehr friedlicher strand deswegen bin ich auch hier weil mir hier nichts geklaut wird du aber der betäubungspfeil ist sowas von viel wert ja den loot könnte ich mir eigentlich holen ja komm her komm her ich packe dich jetzt so verhalten folgen deaktivieren schnauze du bist so weit weg dann höre ich dich nicht die ganze zeit ja ich weiß auch nicht was der für ein problem hat so hier narkosemittel alle die wir herstellen können schnell mal her wobei ein bisschen narkosemittel am ende vielleicht nicht schlecht gut fisch packen auf dem grill fisch und menge äh 5 6 ok Feuer entzünden und ich ziehe meine Kohle ab und packe das nochmal drauf gut dann das darf äh jo dann wir haben betäubungspfeiler ja rohen fisch ich hätte gerne rohes fleisch für die dieners für den raptorn oder so Junge der wird 13 oh ja er hört mit dem blick mich mir noch nicht an ist mir noch da nö natürlich ok ich brauche jetzt aber fleisch ähm ja muss der dodo halt dran glauben so oh wir brauchen ja ganz viel leder für das ding stimmt oh das können wir gerade kombinieren ein bisschen fleisch oder hinsen loot jo aber das loot den loot holen wir uns erst in der nächsten folge und bis dann würde ich sagen vielen Dank fürs zuschauen und ciao